herzlichen willkommen zu einer kanal von ich schaffe aus einem grund dieses heute leider nicht mehr kettle and crops auf zu nehmen weil ich musste nur den spielstand wieder herstellen grösses aber nicht überspringen leider deswegen dauerts auch etwas schaut dass ich morgen und übermorgen aufnehmen kann dass ihr was wieder habt der folge kommt immer noch gut an deswegen will ich damit nicht aufhören vor allem die updates überzukommen sind sehr spannend wir können mal hier kurz wieder drauf eingehen dies ist nur ein test samt mail test wird wirklich wieder gegen rechten ausgelauscht ihr könnt meine kommentare schreiben wie ihr den findet ich habe mir sehr viel mühge geben mit den namen hier reinzuschreiben schwarz hinterlegt und blau nicht aber mit dem hintergrund ich habe auch vor dass ich sie anwende habe ich noch nicht umgesetzt das kommt bei euch gut an ja lute ging es ja gute lute ging schade 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 was daraus geworden ist aber es ist bei euch auch mal gut angekommen wir haben sie irgendwann durchgespielt dann immer noch das beste projekt ich könnte mal sagen welche spiele hier zukunft wünscht ich war schon mal auf dem nachgelaufen sind oder noch laufen sollen ausnahme ist steckslose ausdaube 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 weiterhin ab sofort kommt auch wieder ja hier ist jetzt um sie ich empfehle ich diese vorgehen nicht aus vorhin im grund der bus passt nicht zur karte definitiv nicht mit den ganzen problemen dabei hier die ente zu machen weiß ente zu machen bb ich gerade angelangt oder so noch mal drüber reden wenn die herrschaften wieder lust dazu haben der vorerst führer ab ich habe wieder schauen und aufnehmen der bitte leiden das war ja durchspiel vielleicht mal so ein ähnliches spiel doch mal machen das ist so ein bild aber so ähnliches setting wenn ich auch wieder lust drauf das turnier und drauf die hat auch wieder lust dazu haben weil eine macht so bisher wenig schaust aber kannst du es alleine machen dann brotts schon als hat sie einiges durch updates geändert wer die fähigkeit bringen wenn sie es einfach in den kommentaren schreiben oder ich kann nicht noch das benutzen wenn hier oben ein i auf leuchtet mit abstimmen dann tue ich mir da einfach aber das soll es gewesen sein bis zum nächsten mal